Herzlich Willkommen hier beim WeLoveMMA-Podcast. Jake Paul stellt sich der Competition und trifft jetzt nicht auf einen ehemaligen NBA-Pro, UFC-Fighter oder sonst wen, sondern auf einen ehemaligen UFC-Champion. Alle Infos gibt es in dieser Episode. Viel Spaß dabei. Lasst vorab aber gerne einen Daumen nach oben da, falls ihr das bei YouTube hört oder ein Follow by Spotify oder natürlich auch, ihr könnt es euch schon denken, eine Bewertung bei iTunes. Heute sprechen wir über Jake Paul vs. Tyron Woodley. Eine Ankündigung, die sehr überraschend kam. Also ich weiß, Jake Paul hat gestern Abend getweetet, hey, morgen gibt es eine große Kampfankündigung und zehn Minuten später haben die ersten Insider verraten, dass es Jake Paul vs. Tyron Woodley wird. Eigentlich etwas sehr, sehr Spannendes. Ich persönlich dachte, Tyron Woodley, ja, den sehen wir bald bei Bellator. Obwohl ein Fight gegen Jake Paul immer Sinn ergeben hätte, vor allem jetzt, wo er raus ist aus der UFC. Nichtsdestotrotz überrascht es mich auch, dass Jake Paul diese Herausforderung annimmt. Ich will Jake Paul nicht schlecht reden, aber seine ersten beiden Gegner waren einmal ein ehemaliger NBA-Pro, wie gesagt. Und dann Ben Askren, der natürlich ein UFC-Top-5-Fighter war, aber in der UFC nie wirklich angekommen ist und zweitens immer für seinen Ring bekannt war. Ich meine, Leute, wenn sich Ben Askren gegen Damian Meyer reingezogen hat, der hat nicht bei diesem Kampf gesagt, boah, was hat Ben Askren für geile Striking-Skills. Also dementsprechend wusste Jake Paul schon, wen er sich da gebucht hat. Ich weiß aber nicht, ob sich Jake Paul so bewusst ist, wen er sich da mit Tyron Woodley gebucht hat, einfach weil Woodley Knockout-Power hat, Präzision hat und vor allem Content kann. Und genau dieser Faktor, diese Content, die Woodley hauen kann, die werden sehr gefährlich für einen Jake Paul. Falls ihr nicht wisst, was Tyron Woodley drauf hat, schaut euch gerne mal Tyron Woodley gegen Robbie Lawler an. Alternativ auch vielleicht Tyron Woodley gegen Vicente Lucke. Ja, Woodley hat diesen Fight verloren, es war aber sein letzter Fight in der UFC und ich finde, Woodley gegen Lucke könnte mehr über Woodley vs. Jake Paul auch sagen, als zum Beispiel Woodley vs. Gilbert Burns oder Woodley vs. Usman, Woodley gegen Covington. Klar ist, Woodley hat seine letzten Kämpfe alle eindeutig verloren. Nichtsdestotrotz hat er in seinem letzten Kampf wieder Hunger gehabt, sage ich mal, ist wieder nach vorne gegangen. Und ich kann mir vorstellen, dass Woodley tatsächlich Jake Paul besiegen kann und auch wird. Auf der anderen Seite hat Jake Paul nun mal einen größten Vorteil. Jake Paul ist größer, hat mehr Reichweite, Woodley ist relativ klein, irgendwas bei 1,70 ungefähr. Und ja, ich glaube, die offizielle Statistik, die macht ihn ein bisschen größer, aber Woodley ist kleiner, als man denkt. Und dementsprechend hat Jake Paul in der Hinsicht definitiv einen Vorteil. Wie dem auch sei, Jake Paul vs. Tyrone Woodley kommt und ich bin auf eure Meinung gespannt. Folgt Willow MMA bei Instagram, bald gibt es die Preview für die UFC und für Paul vs. Mayweather. Und damit hören wir uns beim nächsten Mal. Tschau.